Unsere Aufgabe ist und auf was wir hoffen ist, dass wir als Erste in die Pick-Ground gehen und jetzt am kommenden Roadtrip, der wird nicht einfach. Wir spielen gegen Bozen und gegen Dornbirn. Bozen hat gerade einen sehr guten Lauf, die haben drei Match in Folge gewonnen und gegen die sind unsere Spieler immer schnell, hart und sehr spannend. Da ist alles voll, da ist es laut und das wirkt sich natürlich auch auf die Spieler aus. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr Pop im Schritt und hat sie vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Und das ist natürlich immer Spaß in solchen Atmosphären zu spielen. Ich glaube, sechs Punkte wäre toll, aber als wir spielen den typen Hockey, die wir in den letzten Jahren haben, und wir haben das zusammengefasst, für 60 Minuten, dann ist das der typen Hockey, wir werden in den Play-Offs spielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.